No border, no nation, stop deportation, no border, no nation, stop deportation. Nur leider verspürt, dass er eben nicht für eine Liede wird, morgen in sein Büro zu kommen, aber damit ist er ungefähr genauso sinnlos wie der Zau, der im Spielfeld gebaut werden soll. Die Innenministerin Windleiter kann ihre sinnlosen, aber gefährlichen Grenzfantasien nur deswegen ausleben, weil sich niemand dagegen stellt. Auch nicht unser Landeshauptmann. Nein, im Gegenteil, er unterstützt sie dabei und er heißt es gut. Und deswegen sind wir heute hier. Wir sagen Nein zum Grenzzaun. Grenzzauner sind immer Symboler des politischen Scheiterns, des Versagens. Sie sind total sinnlos und dennoch sind sie gefährlich, denn sie grenzen uns ein und sie begraben die Freiheit von uns ein. Grenzzauner sind schlichtweg Sinn. Und die heiligungslose und hinkradlöse Linie von unserem Landeshauptmann im Lösen der Flüchtlingsproblematen, wie wir uns ja so sagen, führt nur dazu, dass sich Nazis, dass sich Rechtsextreme, dass sich Rassistinnen und Rassisten bestärkt fühlen wie selten zuvor. Und wir müssen den Bau des Grenzzauns stoppen. Und das bedeutet ganz einfach, Schützenhöfe zu stoppen. Die unmenschliche Katastrophe im Spielfeld, und ja, das ist sie, muss endlich ein Ende nehmen, damit Platz da ist für professionelle und schnelle Hilfe. Und genau das brauchen wir, weil sonst werden in Kürze die ersten Menschen erfrieren. Schützenhöfe muss zurücktreten, und zwar jetzt. Danke an alle, dass ihr da wart und mitdemonstriert habt. Geile Durchsage, natürlich geht es auch ins Spielfeld rund, und am Sonntag wird es wieder so ausschauen, dass dort Rechtsextreme, dass dort Faschistinnen und Faschisten demonstrieren wollen und ihre Hetze verbreiten wollen. Wir stellen uns dagegen, und deswegen lade ich euch alle ein, um 9.30 Uhr vorm Hauptbahnhof in Graz zu sein. Dort starten wir gemeinsam los, fahren nach Spielfeld und stellen uns gegen Rechtsextreme. Und noch eine ganz kleine Sache, wer Lust hat, jetzt noch mitzugehen zu einem kleinen quasi Stammtisch von grünen und alternativen Studentinnen und auch von den jungen Grünen, oder überhaupt nur ein bisschen zum Plaudern und zum Grenzzaugenschimpfen mitgehen will, und erfolgt bitte dem Festival Report Schleifenschild. Es geht jetzt ins Hammer. Vielen Dank für alle, dass ihr alle da wart.